Hallo und herzlich willkommen zum Juristinnen machen Karriere Podcast mit mir Dr. Anja Schäfer und damit zur Folge 194 meines Podcasts, die gleichzeitig die letzte Folge im Jahr 2023 ist und ich mache natürlich im kommenden Jahr 2024 weiter. Heute geht es um eine Frage, die mir im Rahmen meiner Networking Trainings immer wieder gestellt wird. Und zwar ist es die Frage nach Strategien, Tools und Tipps für Networking und für den Auf- und Ausbau des eigenen Netzwerks, wenn man wenig Zeit hat. Denn der Zeitfaktor ist für viele Juristinnen und selbstverständlich auch für mich die größte Herausforderung beim Netzwerkauf- und Ausbau. Folglich hat es mich auch nicht überrascht, was bei der LinkedIn-Umfrage zum Inhalt dieser Folge 194 herauskam. Ich habe verschiedene Themenvorschläge angeboten und ganz klar die Nummer eins war eine Antwort auf die Frage, was tun in puncto Networking bei oder mit wenig Zeit. An dieser Stelle von meiner Seite ein ganz, ganz dickes Dankeschön an alle, die bei der Umfrage mitgemacht haben, insbesondere hier an Natascha Rauscher, die mir einen zusätzlichen Impuls für eine weitere Podcast-Folge rund um das Thema Networking mitgegeben hat, bei der ich auch die Nummer zwei dieser Umfrage aufgreifen werde, nämlich die Frage, wie erkenne ich Networking-Potenzial. Wenn dich also das Thema Networking sowie Netzwerkauf- und Ausbau mit wenig Zeit ebenfalls umtreibt, dann ist diese Folge genau richtig für dich. Denn ich will dich heute dazu einladen zum Jahresabschluss und gleichzeitig mit Blick auf das neue Jahr anhand der Impulse, die ich dir heute mitgebe, zum einen dein Networking zu reflektieren und zum anderen dich aber eben auch zu motivieren. Das Thema Netzwerken bzw. Netzwerkauf- wie Ausbau für dich im kommenden Jahr bewusst, damit möglicherweise auch etwas anders oder eben bewusster anzugehen. Und was bedeutet das aus meiner Perspektive? Vor allen Dingen strategisch, proaktiv und mit Fokus auf deine Ziele. Du fragst dich, warum? Weil das Netzwerk als dein im übertragenen Sinne guter Ruf im Außen einen so großen Anteil auf deine berufliche Karriere und dein persönliches Vorankommen in der Kanzlei, im Unternehmen, wie eben auch mit einem selbstständigen Business hat. Nämlich, Networking ist schlechthin der Erfolgsfaktor im Beruf wie im Business. Es sind nämlich 60% von 100%, die Netzwerken und Networking ausmacht. Wenn du mehr zu den Erfolgsfaktoren in puncto Karriere oder Business wissen willst, empfehle ich dir die Folge 179. Dort stelle ich nämlich die drei Erfolgsfaktoren ausführlich vor. Und es geht natürlich in der Folge 179 auch ums Networking. Den Link zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter www.anja-schäfer.eu-folge194. Jetzt erfährst du gleich meine drei Erfolgstipps für erfolgreiches Networking mit möglichst geringem Zeitaufwand. Die lauten nämlich erstens Netzwerke nicht irgendwie, sondern proaktiv mit Ziel und Strategie. Zweitens, Fokus statt Aktionismus. Also investiere deine Zeit bewusst ins Networking und in bestimmte Netzwerke. Und zwar in die, wo du die Menschen erreichst, die du ansprechen willst oder die Infos bekommst, die du brauchst. Und der dritte Erfolgstipp, den ich dir mit dieser Folge mitgeben will, nämlich bewusst zu Netzwerken. Also Networking ist ein wesentlicher Teil deines Arbeitsalltags und nutze die Gelegenheiten fürs Networking, die dir der Arbeitsalltag bietet. Außerdem verrate ich dir in dieser Folge auch, welche drei Erfolgsbremsen die meisten Juristinnen davon abhalten, ihr Netzwerk tatsächlich zu ihrem persönlichen Erfolgsfaktor in puncto Karriere, in puncto berufliches Vorankommen oder eigenes Business zu machen. Lass dich also in dieser Folge 194 zum letzten Mal in diesem Jahr 2023 von mir inspirieren, motivieren und informieren. Hol dir mit dem Juristinnen-machen-Karriere-Podcast sofort umsetzbare Erfolgstipps zu Networking, Selbstmarketing und Sichtbarkeit als Expertin, die dich als Juristin weiterbringen und deine Ziele angehen und erreichen lassen. Am besten leicht, schnell und gemeinsam mit anderen. Dir gleich viel Spaß beim Hören dieser Folge. Doch zuvor noch eine ganz persönliche Einladung an dich, nämlich zum vierten virtuellen Juristinnen-Netzwerken-Tag am 15. März 2024. Der Juristinnen-Netzwerken-Tag ist mein Flaggschiff-Event und damit das Networking-Event von, für und mit Juristinnen, mit tollen Expertinnen, großartigen Speakerinnen, spannenden Kolleginnen und ganz viel Austausch und Vernetzung. In diesem Jahr 2024 geht es um das Thema Juristinnen machen Karriere. Die Anmeldung dazu ist seit letzter Woche eröffnet. Alle Infos und den Anmeldelink findest du unter www.juristinnen-netzwerken-tag.de In den Shownotes zu dieser Folge unter www.anja-schäfer.eu Und natürlich auch auf meiner Webseite, gleich auf der Startseite www.anja-schäfer.eu sowie auf LinkedIn. Gerne weitersagen, denn ich freue mich, wenn du diesen Event-Tipp auch mit den Kolleginnen aus deinem Netzwerk teilst. Ich bin Dr. Anja Schäfer, Karriere-Mentorin und Business-Coach für Juristinnen. In nur wenigen Jahren bin ich als Expertin für Networking und Female Leadership in Kanzleien, offline wie online, sichtbar und bekannt geworden. Zudem habe ich mir in relativ kurzer Zeit ein großes, gutes und belastbares Netzwerk an Gleichgesinnten, an Kolleginnen und Kollegen sowie an anderen Partnerinnen aufgebaut, welches meine Expertise und meine Mission, nämlich Juristinnen machen Karriere, Ausrufezeichen, weiterträgt. Davor war ich acht Jahre als Anwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei tätig, sodass mir die Karriereherausforderungen von Juristinnen in einem weitgehend männlich geprägten Umfeld gut bekannt sind. In diesem Podcast profitierst du von meinen Strategien, Tools und Tipps und denen meiner Gäste. Du bekommst Einblicke in mein alltägliches Tun in puncto Sichtbarkeit als Expertin und damit in strategisches Personal Branding, proaktives Selbstmarketing und zielfokussiertes Networking. Du erfährst, wie du deine eigenen Vorhaben in den Fokus nimmst, als Expertin und Persönlichkeit offline und online sichtbar wirst, sowie dir ein nachhaltiges und stabiles Netzwerk auf- und ausbaust. Dadurch kannst du als Juristin mit deiner Expertise bekannt und anerkannt werden, sein und bleiben, mit den richtigen Personen in Kontakt kommen, sowie dich beruflich weiterentwickeln und leicht deine persönlichen Karriere und oder Businessziele erreichen. Denn du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer dann? Dir jetzt viel Spaß beim Hören. Let's Network! Und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Kolleginnen teilst. Absolut entscheidend für deinen beruflichen wie auch persönlichen Erfolg ist neben dem Personal Branding, dem Selbstmarketing und natürlich auch deiner Performance, dein Netzwerk. Und das Netzwerk ist ganz besonders für dich relevant, wenn du mit wenig Zeit viel erreichen willst. Denn meine Erfahrung zeigt, Erfolg und damit eben auch das persönliche Vorankommen im Business beruhen leider nur zu einem sehr, sehr geringen Teil auf Kompetenz und Wissen, sondern vielmehr auf der Wirkung im Außen und damit auf dem guten Ruf, der dir idealerweise über andere vorauseilt. Und diesen Satz oder diese Intention, die hast du in ähnlicher Formulierung schon des Öfteren hier im Podcast und natürlich darüber hinaus bei meinen Trainings von mir gehört. Ich werde aber nicht müde, ihn immer und immer wieder zu wiederholen, denn das Netzwerk wie auch Netzwerken als Tool ist leider noch nicht für alle Juristinnen der Erfolgsfaktor schlechthin, indem sie dieses für sich strategisch fokussiert und eben proaktiv angehen. Und das habe ich erleben dürfen. Ich habe letzte Woche ein Training gegeben für Juristinnen und da ist das Thema Netzwerken, das strategische Netzwerken, das Netzwerken mit Fokus auf die Ziele sehr, sehr kritisch betrachtet worden, was mich natürlich umso mehr motiviert, noch mehr dieses Thema in den Fokus zu bringen, ihn in den Vordergrund zu bringen und dazu einzuladen und natürlich auch aufzuklären, was durch oder mit einem guten Netzwerk alles möglich wird. Lass uns aber jetzt als erstes mal schauen, welche drei Erfolgsbremsen die meisten Juristinnen davon abhalten, ihr Netzwerk zu ihrem beruflichen Erfolgsfaktor und damit zum persönlichen Karrieremotor zu machen. Und der Fehler Nummer eins oder die Erfolgsbremse Nummer eins ist Perfektion. Also du willst es richtig, du willst es perfekt machen. Bevor du dich also einbringst, bevor du Teil eines Netzwerkes wirst, suchst du ewig nach dem idealen, perfekten, super passenden Netzwerk. Du startest also nicht mit Networking. Du guckst dir also ganz, ganz viele Netzwerke an. Das ist grundsätzlich nicht die schlechteste Idee, aber ich lade immer dazu ein, in die Sichtbarkeit zu gehen. Also zu sagen, ich werde jetzt mal Mitglied hier in diesem Netzwerk, fange an, mich sichtbar zu machen oder ich hole mir jetzt einen Account auf dieser Plattform und nutze diese für den Auf- und Ausbau meines Netzwerks. Den zweiten Fehler, den ich heute mitgebe, ist falscher Aktionismus. Und das ist einer, den ich am Anfang viel gemacht habe und der mir auch immer wieder noch sozusagen passiert. Nämlich viel hilft viel, ist die Devise. Ich mache ganz, ganz viel, ohne mir vorher ernsthaft Gedanken zu machen, was ich mit oder über mein Tun und damit eben mit oder durch Networking oder eben über das Netzwerk erreichen will. Das heißt, du gehst auf ganz, ganz viele Netzwerkveranstaltungen. Du knüpfst immer und überall ganz, ganz viele Kontakte. Du stellst jedermann auf LinkedIn eine Kontaktanfrage. Du sprichst zu allen Themen Mandantinnen an und hast dann ganz, ganz viele Leute in deinem Netzwerk. Also in puncto Quantität bist du super, aber es kommt ja auch auf die Qualität an. Und von daher, das werde ich dir jetzt gleich mitgeben, finde ich es ganz wichtig, dass du dir vorher Gedanken machst, was du mit oder durch Networking erreichen willst. Und die dritte Erfolgsbremse ist, du hast keine Strategie. Also du machst dieses und jenes und hoffst, dass du dein in den allermeisten Fällen nur vage, bestimmtes Ziel erreichst. Wenn du aber weder startest, noch dich mit einem Ziel vorher beschäftigst, noch dir überlegst, wie du dieses Ziel für dich Schritt für Schritt erreichst, dann wirst du viel Zeit verbrennen. Und deswegen überrascht es mich eben auch nicht, dass das Zeitthema so häufig kommt, weil wenn ich dann in den Austausch gehe mit den Kolleginnen im 1 zu 1 Gespräch oder im kleineren Gesprächssetting, dann stelle ich sehr häufig fest, dass das Thema keine Zeit, zu wenig Zeit, kostet zu viel Zeit, in der Regel mit keine Ziele, keine Strategie, kein fokussiertes Vorgehen verbunden ist. Und das ist einfach schade um die Zeit und um die Energie, weil die ja dann nur verbrannt wird. Deswegen erfährst du jetzt gleich drei Erfolgstipps für erfolgreiches Netzwerken und ergebnisorientierter Netzwerk Auf- und Ausbau mit wenig Zeit. Mein Erfolgstipp Nummer 1 ist einer, der dir sicher schon, dass zumindest meine Hoffnung etwas bekannt vorkommt, nämlich Netzwerke nicht irgendwie, sondern proaktiv mit Ziel und Strategie. Denn wer allein unterwegs ist, also allein arbeitet, addiert. Wer zusammenarbeitet, wer dabei mit Blick in Richtung eigene Ziele vorgeht, multipliziert. Damit die Zeit, die du ins Networking und in den Auf- und Ausbau deines Netzwerks investierst und das idealerweise regelmäßig, also kontinuierlich tust, damit die eine gut investierte Zeit ist, beziehungsweise für dich wird, sind aus meiner Perspektive unter dem Gedanken, Netzwerke nicht irgendwie drei Schritte wichtig. Zum einen, du machst dir vorab Gedanken zu einem konkreten Ziel, welches du mit, beziehungsweise durch Networking erreichen willst. Denn alles das, was danach kommt, ist auf dein Ziel aufgesetzt. Also ist dein Ziel die Basis für dein weiteres Vorgehen und damit eben die Grundlage deines Erfolgs. Und das Ziel, das definierst du idealerweise nach der sogenannten SMART-Methode. Hierzu verweise ich auf die Folge 180 meines Podcasts, in der ich dir zeige, wie du deine Networking-Ziele so formulierst, dass du diese leicht und schnell mit deinem Netzwerk angehen kannst. Denn das, also Ziele gemeinsam mit anderen anzugehen, ist nach meiner Erfahrung eine der erfolgsversprechendsten Methoden zur Zielerreichung. Den Link zur Folge 180 findest du in den Shownotes unter www.anja-stefa.eu slash Folge 194. Der zweite Schritt ist die Strategie. Hier hast du zwei Möglichkeiten, wie du vorgehst. Zum einen entwickelst du für dich deine eigene Strategie, wie du also Schritt für Schritt dein Ziel erreichst. Das kann sein beispielsweise x Kontakte auf LinkedIn oder x Kontakte im Netzwerk persönlich vertieft, beispielsweise oder x Netzwerke etwas genauer angeschaut. Klar ist, wenn du für dich eine eigene Strategie entwickelst, dann kann das mitunter ganz schön aufwendig sein. Variante 2 ist, du entscheidest dich für die 7-Meilen-Stiefel und nutzt eine bereits erprobte Strategie. So beispielsweise im Rahmen meines Juristinnen-Machen-Karriere-Bootcamps. Die Teilnehmerinnen bekommen da von mir eine Strategie an die Hand, die erfolgserprobt ist, die ich selber anwende und die zahlreiche meiner Kundinnen bereits für sich implementiert haben und umsetzen. Das Bootcamp ist heute zu Ende gegangen, wenn du diese Folge hörst. Und ich bin gerade in der Vorbereitung des 5. Juristinnen-Machen-Karriere-Bootcamp, was im Februar 2024 starten wird. Wenn das für dich interessant ist und relevant klingt, dann trage dich jetzt schon auf die Wartelliste ein fürs Bootcamp unter www.anja-schäfer.eu-bootcamp. Den dritten Schritt, den ich dir mitgeben will, ist der frühe Vogel fängt den Wurm oder eben auch agiere proaktiv. Denn Erfolg bedeutet tun. Die beste Strategie, das für dich persönlich relevanteste Ziel hilft dir nicht, wenn du dein Ziel nicht angehst und deine Strategie Schritt für Schritt nicht umsetzt. Den zweiten Tipp, den ich dir heute mitgeben will, ist Fokus statt Aktionismus. Wenn du also auf Networking keinen Fokus hast in deinem Arbeitsalltag und ins Netzwerken keine Zeit investierst, dann kannst du für meine Begriffe auch nicht erwarten, dass dir dein guter Ruf über andere vorauseilt. Denn das ist das, was ich häufig erlebe, wenn ich dann mal so nachhake bei Kolleginnen, die Netzwerken oder die beim Networking Mangels, Ziele und Strategie kräftig Zeit verbrennen, dass sie ihre Zeit, ihre Energie, ihren Einsatz eben in die Dinge investieren, die nicht so die Ergebnisse bringen. Von daher ein paar Fragen, die ich dir heute mitgeben will. Zum einen frage dich beim Networking immer wieder, wo ist dein Fokus und wohin geht deine Zeit? Bist du in den richtigen Netzwerken beziehungsweise auf den passenden Plattformen unterwegs, in denen oder auf denen du idealerweise mit den Menschen zusammenkommst, die du erreichen willst oder die Infos erhältst, die du erfahren willst. Und hier bin ich ja das beste und das schlechteste Beispiel dafür. Ich habe ja 2017 dann mit dem Thema Netzwerken angefangen und ich habe am Anfang auf Facebook gestartet. Und Facebook war nicht die richtige Plattform dafür, um die Menschen zu erreichen, die ich ansprechen wollte. Ich bin dann zu Xing gegangen, 2018, ungefähr ein knappes Jahr später. Da habe ich schon deutlich mehr Menschen oder deutlich leichter die Menschen erreichen können, die ich tatsächlich erreichen will, ansprechen will. Und ich habe aber zwischendurch auch wieder ein Netzwerk für mich ausprobiert, von dem ich dann wieder Abstand genommen habe. Hier meine ich Pinterest. Wenn du jetzt den Podcast schon eine Weile verfolgst, dann hast du vielleicht für dich festgestellt, dass ich da eben nicht mehr bin, weil ich da nicht die Menschen erreicht habe, die ich erreichen will und nicht die Ergebnisse bekommen habe, die ich bekommen will. Und das ist die dritte Frage in puncto Fokus statt Aktionismus, die ich dir mitgeben will. Nämlich bekommst du tatsächlich die Ergebnisse, die du gern erreichen willst? Vorausgesetzt, du bist in puncto Networking strategisch fokussiert, das heißt mit Fokus auf deine Ziele und proaktiv unterwegs. Und das wirst du nur für dich feststellen, wenn du regelmäßig dein Networking reflektierst, wenn du für dich immer wieder ein Status Quo bestimmst und schaust, was du für dich erreicht hast, was für dich funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Und wenn du dann dein strategisches Vorgehen immer wieder anpasst. Und das habe ich natürlich getan. Ich bin heute nicht mehr auf Facebook. Ich bin heute nur noch sehr, sehr eingeschränkt auf Xing, weil ich eben auf Xing auch nicht mehr die Ergebnisse bekomme, die ich mir in puncto Netzwerk auf- und Ausbau wünsche. Das liegt aber weniger an mir, sondern weil ja Xing sich da so sehr verändert hat. Ich bin heute vor allen Dingen auf LinkedIn und auch wenn mir andere Netzwerke immer wieder angetragen werden, also beispielsweise Instagram, habe ich mich bislang nicht durchringen können, jetzt noch eine zweite Plattform aufzumachen, sondern ich darf mich immer wieder selber daran erinnern, dass weniger mehr ist, auch wenn das für mich persönlich immer wieder eine Herausforderung ist. Und deshalb sollte auch deine Devise sein, weniger ist mehr und sei aktiv in den richtigen Netzwerken beziehungsweise auf der richtigen Plattform. Den dritten Tipp, den ich dir heute mitgeben will, ist bewusst zu netzwerken, also die Gelegenheiten, die dir der Arbeitsalltag dafür bietet, auch wirklich zu nutzen. Nutze also all die Möglichkeiten, die dir der Arbeitsalltag sowie dein Arbeitsumfeld bieten fürs Netzwerken, für den Auf- und Ausbau deines Netzwerks, indem du dich beispielsweise mit Kolleginnen oder Mandantinnen regelmäßig zum Mittagessen verabredest und dieses Mittagessen, was du ja eh machen würdest, dazu nutzt, den jeweiligen Kontakt zu vertiefen. Geh gemeinsam mit Kooperationspartnerinnen auf Networking-Veranstaltungen, also verabrede dich mit Kooperationspartnerinnen auf Networking-Veranstaltungen und nutze diese dazu, den einzelnen Kontakt weiterzuentwickeln und nutze auch immer wieder freie Zeitfenster bei Reisen beispielsweise, um bereits bestehende Kontakte zu vertiefen oder auch um einfach mal wieder mit einer Person, die du schon kennst, also mit einer Netzwerkpartnerin, mit einer Kooperationspartnerin oder Multiplikatorin, auch einfach nur dich auszutauschen, ohne dass da ein konkretes Ziel dahinter stehen muss. Und das ist etwas, liebe Natascha, wenn ich jetzt hier sozusagen den ersten Teil bei der LinkedIn-Umfrage gestellten Frage schon beantworten kann. Bei mir funktioniert Networking ganz viel proaktiv mit Fokus auf meine Ziele und Strategie, aber es darf natürlich auch Spaß machen oder es soll auch Spaß machen und das tut es, wenn es so eine Mischung ist aus fokussiertem, strategischem Vorgehen und einfach das Ganze auch mal laufen lassen. Das eigene Networking strategisch fokussiert und proaktiv anzugehen, dabei wirklich dran zu bleiben, Klammer auf, Kontinuität, Ausrufezeichen, Klammer zu und die persönliche Vorgehensweise, das heißt Reflexion und dann Optimierung, diesen Weg von A bis Z im übertragenen Sinne, also bis zum Ende, gehen die wenigsten. Das ist aber das, was aus meiner Erfahrung erfolgreiche Netzwerkerinnen von weniger Erfolgreichen unterscheidet. Klare Ziele, eine Strategie zu deren Umsetzung und idealerweise tägliches Tun, regelmäßiges Monitoring, Reflexion, um zu optimieren und die alltäglichen Gegebenheiten ganz bewusst fürs Networking und damit für die Weiterentwicklung eigener Kontakte zu nutzen. Netzwerke idealerweise also so, dass dein Tun auf dich, deine Ziele, deine Personal Brand, deine Sichtbarkeit im Netzwerk und damit eben auf den Auf- und Ausbau und damit auf die Qualität deines Netzwerks einzahlt und sich auf dein Vorankommen im Beruf ausstrahlt. Und wenn du das für dich beachtest, wenn du das sozusagen zu deiner Herangehensweise in puncto Networking im neuen Jahr machst, dann wirst du mit weniger, deutlich weniger Zeiteinsatz als bisher mehr erreichen. Denn dann ist jede Minute, die du ins Networking investierst, eine gut investierte Minute, mit der Folge, dass du das Thema Zeitinvest für dich anders bewerten wirst. Denn wenn du die Ergebnisse bekommst, die du bekommen willst, dann ist Networking etwas, was Sinn macht, wo es sich lohnt, Zeit rein zu investieren. Wenn du dazu Unterstützung brauchst, dann komm sehr, sehr gern auf mich zu. Lass uns bei einem kostenfreien Karriere-Info-Call über deine Themen und Networking-Herausforderungen sprechen und schauen, wie wir zusammenarbeiten können. Deinen Termin kannst du ganz einfach unter www.anja-schäfer.eu slash Kalender reservieren. Dass dir es in 2024 gelingt, dein Netzwerk zu deinem persönlichen Erfolgsfaktor zu machen und dass du zudem beim Networking Spaß hast. Das ist mein Wunsch zum neuen Jahr für dich. Happy New Year an dieser Stelle und ich danke dir, dass du ein weiteres Jahr bei meinem Podcast dabei warst, dass du mich begleitest, dass wir miteinander vernetzt sind und dass wir gemeinsam 2023 und 2023 gerockt haben. Und das ist auch mein Anspruch an 2024. Lass uns das gemeinsam rocken. Wir hören uns wieder in 2024. Bis zum nächsten Mal und denke mal dran, du machst den Unterschied. Wenn nicht du, wer da? Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, dann schreibe mir gerne an podcast.anja-schäfer.eu Höre auch beim nächsten Mal wieder rein und frage dich bis dahin, welchen einen Schritt du heute für deine Karriere und oder Businessziele und damit für deine Sichtbarkeit als Expertin tun kannst. Bis zum nächsten Mal.